Hallo, es ist wieder Montag, Zeit für ein neues Video-Tutorial. Eins vorneweg, ihr habt ja schon gemerkt, dass ich die Videos jetzt zeitgleich auf YouTube und Vimeo ausstrahle. Mal schauen, was sich da auf Zukunft durchsetzt. Ich bin da sehr gespannt auf euer Feedback. Doch nun zurück hier zum heutigen Tutorial. Um was geht es heute? Heute geht es um den Einsatz der neuen ColorFX 4 Suite von Nik Software. Ich bin ja seit langem ein Fan von diesen Produkten. Ich arbeite sehr, sehr gern mit den Plug-in-Filtern. Ganz einfach aus dem Grund, weil es mir sehr, sehr viel Zeit sparen. Natürlich ist vieles oder fast alles auch mit den Bordmitteln von Photoshop möglich. Es dauert aber deutlich länger. Und deswegen nutze ich sehr gerne Plug-in-Filter. Und die Filter von Nik habe ich schon sehr lange bei mir auf dem Rechner, weil die einfach sehr schnell und sehr einfach funktionieren. Jetzt haben sie ihre größte Filtersammlung, also die ColorFX-Sammlung, nochmal erweitert um neue Filter und um neue Funktionen. Und genau darum geht es in dem heutigen Tutorial. Das ist immer noch ein bisschen mehr, denn ich mache eine Photomontage und ihr könnt von Anfang an dabei sein. Das heißt, ihr seid gleich beim Shooting mit dabei. Und erlebt sozusagen, wie die Bilder für die Montage entstanden sind, worauf man da achten muss. Und dann werde ich mit euch Schritt für Schritt die einzelnen Ebenen der Montage durchgehen, damit ihr genau erkennt, was habe ich in den jeweiligen Ebenen gemacht. Und welche Nik-Filter habe ich wann eingesetzt und erkläre euch nochmal kurz das Interface und die Neuerungen der neuen Programmversion. Ja, jetzt bleibt mir nichts anderes, als euch viel Spaß zu wünschen. Ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dann. Ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche wieder. Ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche wieder. Wie passiert ist, wie dieses Ausgangsbild hier entstanden ist. Und ich will euch jetzt zeigen, wie die Bearbeitung in Photoshop vorgeht. Doch zunächst möchte ich euch noch einen kleinen Einblick geben in die Neuerungen von Nik ColorFX 4. Dazu wähle ich hier den Filter einfach mal geradeaus. Hier unter Nik Software ColorFX 4 Pro. Und wir haben hier das Interface. Wer von euch schon mit Nik gearbeitet hat, dem wird vieles sehr vertraut vorkommen. Ich mache es nochmal ein klein wenig größer, damit ihr es besser sehen könnt. Aber es sind einige Neuerungen dabei. So gibt es hier einige neue Filter. Zum Beispiel hier die Dark Contrast oder der Detail Extractor. Das sind alles neue Filter. Und es gibt, genau wie bei den anderen Tools von Nik, auch die Möglichkeit, das Ganze per Kontrollpunkt anzuwenden. Doch dazu gleich mehr. Vom Grundaufbau für die, die Nik noch nicht kennen. Wir haben hier auf der linken Seite haben wir die Filter, die auf das Bild angewendet werden können. In dem Fall hier eine Schwarz-Weiß-Konvertierung oder ein Bicolor-Filter. Und auf der rechten Seite, da sind die Eigenschaften des Filters. Hier kann ich den Filter verändern. Ich kann hier zum Beispiel eine andere Farbe wählen. Ich kann die Farben stärker miteinander mischen. Ich kann die Deckkraft verringern oder erhöhen. Und so kann ich hier für jeden der einzelnen Filter hier bestimmte Parameter festlegen. Hier unten in der Lupe habt ihr immer die 100%-Ansicht sozusagen, um die Details besser zu erkennen. Und hier in der Filterliste habt ihr einmal die Möglichkeit, euch alle Filter anzusehen. Oder auch nur ausgewählt nach bestimmten Vorgaben. Zum Beispiel Filter, die für die Architekturfotografie besonders gut geeignet sind. Oder für die Portraitfotografie. Was auch sehr schön ist, oder was ihr auch nutzen solltet, sind die Zusammenstellungen. Mit den Zusammenstellungen könnt ihr verschiedene Filter miteinander kombinieren. Ich habe jetzt hier noch keine angelegt, keine eigenen. Aber Nick hat hier eine Reihe von voreingestellten Kombinationen, die ein ganz schönes Ergebnis liefern. So habe ich hier zum Beispiel mal Schwarzes Gold, nennt sich diese Zusammenstellung. Und ihr seht, es werden hier 1, 2, 3, 4, 5 Filter auf einmal auf das Bild angewendet, um hier einen Effekt zu bekommen. Ihr könnt hier auf der rechten Seite die Filter immer ein- und ausblenden, damit ihr seht, was die Filter machen. Und ihr könnt bei den Zusammenstellungen natürlich auch hier jederzeit reingehen und diese nochmals ändern. Das heißt, ihr seid auch da nicht festgelegt und ihr könnt auch natürlich einen von diesen Filtern wieder rauslöschen mit einem Klick auf dieses Löschen-Symbol hier hinten. Dann sind nur noch vier Filter hier aktiv. Und das ist auch eine schöne Möglichkeit in Nick Califex Pro 4, hier eben schon in diesem Interface verschiedene Filter miteinander zu kombinieren. Ich könnte jetzt hier zum Beispiel noch einen Rahmen hinzufügen und so kann ich gleich einen Großteil der Bildbearbeitung hier in diesem Interface durchführen, ohne jedes Mal quasi einen Filter anwenden zu müssen und dann wieder in das Modul reinzugehen und wieder einen neuen Filter anzuwenden. Ich lösche die aber jetzt mal gerade hier raus. Hier und hier noch. Und werde jetzt hier euch nochmal ganz kurz die neuen Filter vorstellen. Ganz schön sind hier diese Film-Effekte. Ich blende erst nochmal wieder alle ein. Aber zum Beispiel hier der Filter Dark Contrast, den werden wir nachher auch in der Bearbeitung sehen. Der hat einen ganz tollen Effekt. Ich gehe hier gerade nochmal in die größere Ansicht. Und ihr seht hier, da kann man also sehr schön Kontraste rausarbeiten. Ihr seht aber auch die Schwierigkeit des Filters, denn an Kontrastgrenzen kommen es zu sogenannten Halo, also sozusagen Lichteffekten. Die gilt es natürlich in der Bildbearbeitung durch Masken dann zu vermindern. Auch sehr schön ist der Detail Extractor. Da werden hier der kleine Detail, wird noch hervorgekitzelt. Dann gibt es eine Reihe von Film-Effekten, die neu sind. Hier FX Faded. Bedeutet meistens hier zum Rand hin, eine helle Vignette sozusagen, sichtbar ist. Wir haben hier die Möglichkeit einen Schleier anzugeben, eben die Vignette, eine Körnung. Dann gibt es die Möglichkeit moderne Filme zu imitieren. Hier den Aqua Optima zum Beispiel. Dann gibt es hier die Möglichkeit nostalgische Filme zu imitieren. Es gibt einen Vintage-Effekt. Also ihr seht, es hat sich eine ganze Menge neu getan. Und der Unterschied zwischen der Version 3 und der Version 4 ist in meinen Augen doch sehr, sehr hoch, sodass hier für Leute, die gerne mit solchen Plugins arbeiten, sich ein Kauf auf jeden Fall lohnt. Auch alte Filter, wie zum Beispiel hier der Bleach Bypass, der war immer relativ brutal von der Anwendung her. Ihr seht, da sind eine ganze Menge Regler mehr hinzugekommen und man kann hier eben den Effekt jetzt deutlich feiner steuern. Auch interessant ist, wie gesagt, die Möglichkeit hier mit den Kontrollpunkten zu arbeiten. Ich kann also, wenn ich jetzt hier einen Kontrollpunkt setze, den Effekt jetzt nur auf einen Teilbereich des Bildes zum Beispiel anwenden. Ihr seht, ich habe hier den Bleach-Effekt im Moment nur im Gesicht. Ich kann hier die Deckkraft einstellen, wie stark der Effekt sichtbar sein soll. Und so kann ich das Bild sehr, sehr schön und sehr, sehr individuell bearbeiten. Doch ich würde sagen, genug der Theorie. Das waren so mal die Grundlagen. Ich kann euch nur raten, holt euch mal eine Testversion des Programms und schaut, wie ihr selbst damit zurechtkommt. Aber ihr werdet gleich in der Bearbeitung sehen, was alles damit möglich ist. Ich breche an der Stelle einfach mal ab. Und ich habe das Bild jetzt schon mal vorbereitet. Das heißt, ich habe die ganze Bearbeitung schon mal durchgeführt. Ihr seht es hier an der Ebenenpalette, was alles passiert ist. Da das aber natürlich deutlich zu lange dauert, wenn ich mit euch die komplette Bearbeitung hier durchgehe, werde ich mit euch nur die einzelnen Ebenen durchgehen und euch kurz erklären, was ich dabei gemacht habe. Die erste Ebene, ihr seht, ich habe auch immer die Ebene benannt. Mit dem, was passiert ist, habe ich einen weiteren Filter von Nick eingesetzt. Der Filter heißt Viveza 2. Und mit diesem Filter, ihr seht, kann ich solche Teilbereiche wunderbar bearbeiten. Ich habe hier einfach mal diesen zu dunkel geratenen Bereich in der Mitte, das ist der Schattenwurf vom Ventilator, hier aufgehellt, indem ich hier einfach mit Viveza 2 die Grautöne in der Mitte aufgehellt habe. Das Gesicht wurde dabei auch leicht mit aufgehellt, allerdings nicht so stark wie hier die Grautöne. Denn mit der Kontrollpunkt-Technologie wird eben auch eine leichte Maskierung durchgeführt und es werden ähnliche Farbtöne verändern. Das heißt, wenn ich hier den Punkt im Grauen anlege, werden hauptsächlich die Grauwerte hier aufgehellt und weniger die Rot- und Orange-Töne hier der Haut. Dann habe ich hier die Hüfte von der Frenzy noch ein klein wenig angepasst und habe hier nochmal ein paar neue Haare mit ins Spiel gebracht. Die sind aus einem anderen Bild. Ihr seht, die fliegen sehr schön und damit hier der Hintergrund verschwindet, habe ich hier nochmal eine Tonwertkorrektur durchgeführt. Das ist die Ebene hier oben drüber und durch diese Tonwertkorrektur wird die Farbigkeit des Hintergrundes, der Farbe Grau, können wir auch mal hier einen Doppelklick drauf machen, damit ihr seht, was passiert ist. Ich habe also die Schwarztöne hier beschnitten und habe die Mitteltöne deutlich aufgehellt. Und damit passt eben jetzt hier der alte Hintergrund durch diese Tonwertkorrektur zu dem neuen Hintergrund, in dem ich das Ganze eingefügt habe. Und ihr seht, die Ebene Maske ist sehr, sehr grob. Also wenn ich jetzt hier die Tonwertkorrektur nochmal wegnehme, ihr seht, ich habe hier keine feine Maskierung gemacht, sondern nur eine grobe, weiche Kante. Und durch die Tonwertkorrektur fallen aber diese Grenzen dann gar nicht mehr auf. Als nächstes habe ich die Haare noch ein wenig abgedunkelt, und zwar die auf dem Originalbild, einfach damit sie besser zu den eingefügten Haaren passen. Und habe im nächsten Schritt ein paar der Muttermaler entfernt. Wichtig ist da nicht alle zu entfernen, damit es nicht zu künstlich aussieht, aber so ein paar habe ich an der Stelle noch weggemacht. Gehen wir mal etwas weiter nach oben mit der Ebenenpalette. Und als nächstes habe ich einen neuen Hintergrund eingefügt. Ihr seht, es ist ein Bild hier bei uns aus Aschaffenburg, es ist eine alte Eisenbahnhalle. Und diese habe ich eingefügt, die liegt im Modus Ineinanderkopieren über meinem Hintergrundbild. Und dadurch ist das Hinterhintergrund hier, ich blenke gerade nochmal aus, fast ein mittleres Graues, erfährt dieses Bild keine Änderung. Wenn ich ein Bild, eine graue Fläche im Modus Ineinanderkopieren überlagere, führt dieses zu keiner Veränderung. Und es ist hier nur eine ganz grobe Maskierung notwendig. Ihr könnt einfach mit dem Zauberstab hier den grauen Hintergrund auswählen. Und das war es schon. Im Bereich der Haare ist es im Moment hier noch etwas zu dunkel. Deswegen hier noch eine kleine Tonwertkorrektur, um das hier noch etwas anzupassen und aufzuhellen. Ihr seht, wie leicht eine Montage fällt, wenn man hier das Model vor einem neutral grauen Hintergrund fotografiert. Und hier dann eben keine große Maskierungsarbeit in Photoshop hat. Ich habe da noch ein paar Zeitungen durchs Bild fliegen lassen. Die hat Frenzy vor den Ventilator geworfen. Die füge ich jetzt gerade mal hier alle nacheinander ein. Auch hier teilweise versehen mit einer Tonwertkorrektur. Ich sehe es hier bei der hinteren Zeitung um den Schatten, weil die Lichtrichtung ist ja eindeutig hier von der rechten Seite. Man muss natürlich die Frenzy hier einen gewissen Schatten auf diese Zeitung werfen. Und deswegen hier eine Abdunklung dieser Zeitung, damit sie nicht so hell und so dominant ist. Und so können wir hier nach und nach alle Zeitungen einfügen. Ich habe bewusst eine Zwischenebene mal ausgelassen. Die blende ich jetzt gerade nochmal ein, weil da waren alle Zeitungen schon zu sehen. Und habe jetzt hier mein fertiges Bild. Und alles was jetzt kommt ist sozusagen die Kür. Jetzt schlägt sozusagen die große Stunde von Nick. Und ich habe jetzt hier verschiedene Nick Filter auf dieses Bild angewendet. Um hier ja das Besondere noch heraus zu kitzeln. Zunächst mal hier der Filter Dark Contrast. Ihr seht, wir bekommen hier sehr schöne Kontraste im Bild. Das Bild wird insgesamt etwas düsterer, etwas unheimlicher sozusagen. Und um dem Ganzen ein bisschen dieser Abdunkung etwas entgegen zu wirken, habe ich einen weiteren Filter verwendet. Den Detail Extractor. Der arbeitet auch die Details heraus. Aber führt allgemein eher etwas zu einer Auffällung des Bildes. Und die Kombination dieser beiden Filter führt dazu, dass wir hier einen ganz tollen plastischen Look kreieren. Also ich blende die beiden Ebenen gerade nochmal aus. Ich blende die beiden Ebenen gerade nochmal aus. So sah das vorher aus. Und so sieht es danach aus. Danach habe ich noch den Vintage Filter angewendet. Nur als Zusage, ich habe jetzt natürlich hier alles ein extra Ebenen gemacht. Natürlich hätte ich das auch, wie ich gerade erwähnt habe, alles in Nick machen können. Und die Ergebnisse gleich in Nick kombinieren können. Allerdings hättet ihr dann das hier nicht so gut nachverfolgen können. Deswegen habe ich es hier alles in extra Ebenen durchgeführt. Der Filter Vintage führt hier zu einer kühlen blauen Stimmung, um das Ganze hier farblich etwas anzupassen. Und mit dem Viveza Filter habe ich dann hier punktuell die Fenster oben etwas aufgehellt, weil die sind durch diese Operationen, die wir vorher durchgeführt haben, und sind diese etwas zu dunkel und zu düster geworden, denn es sind ja Fenster und durch diese Fenster fällt Licht herein. Also habe ich selektiv hier in jedes Fenster einen Kontrollpunkt gesetzt und habe diese aufgehellt, um hier wieder eine schöne Lichtstimmung zu schaffen. Und um die Lichtstimmung zu perfektionieren, habe ich hier in die obere Ecke jetzt noch eine Sonne eingebaut. Das macht ihr am besten mit einer schwarzen Ebene im Modus Negativ multiplizieren. Und auf diese schwarze Ebene habe ich dann den Filter Blendenflecker angewendet. Ihr seht ihn hier unten. Und nochmal den gaussischen Weichzeichner. Ich mache den gaussischen Weichzeichner gerade mal weg. Denn ihr seht hier bei diesem normalen Blendenfilter kommen relativ scharf zu erkennende Punkte hier, Lichtreflexe und Strahlen ins Bild, die finde ich relativ unnatürlich aussehen. Und deswegen habe ich hier nochmal einen gaussischen Weichzeichner darauf angewendet, um hier einfach nur einen schönen Lichtschein zu haben, aber eben keine klar definierten Strahlen mehr im Bild. Und wir haben jetzt auch schon fast das Ende erreicht. Ich habe nochmal einen weiteren Filter von NIC verwendet, den NIC FX Pro. Das ist ein Tool, um schwarz-weiß Färbungen perfekt umsetzen zu können. Schwarz-weiß Färbungen, blöde Farbe. Um schwarz-weiße Umsetzungen perfekt machen zu können. Und hier habe ich den Sepia-Toner verwendet. Und ihr seht, hier kommen tolle Kontraste ins Bild und eine starke Abdunklung hier in dem Bereich fast schon zu viel. Aber es gibt eben einen ganz tollen Look mit diesem Sepia-Filter. Ein kleiner Trick, wenn hier der Effekt zu stark sein soll oder ihr ihn gar nicht komplett entsättigen wollt, könnt ihr natürlich entweder hier die Deckkraft von dieser Ebene senken. Also ich könnte natürlich jetzt hier hingehen und hier die Deckkraft der Ebene senken. Damit verschwindet diese monochrome Färbung, diese Sepia-Färbung. Gleichzeitig gehen aber die Kontraste verloren. Wenn ihr jetzt nur die Farben zurückbekommen wollt, lasst ihr einfach die Deckkraft der Ebene bei 100% und nehmt die Ebene unten drunter. Ich habe hier einmal die, ich stelle hier den Ebenenmodus nochmal ganz schnell auf Normal. Das ist also das Bild, so wie es war vor der Anwendung dieses Schwarz-Weiß-Filters. Und wenn ihr jetzt hierbei den Ebenenmodus auf Farbe stellt, dann wird eben bleiben die Kontraste erhalten und es wird nur die Farbe jetzt wieder in das Bild zurückgebracht. Ihr seht, ich habe jetzt hier die Deckkraft bei 100%. Ihr könnt dann natürlich ganz individuell steuern. Soll der Sepia-Effekt vorherrschen, mache ich nur eine geringe Einfärbung oder erhalte ich die kompletten Kontraste der Schwarz-Weiß-Umwandlung und erhalte aber auch die volle Farbigkeit. Aber ihr seht schon, das wird dann da natürlich recht bunt. Deswegen hier bleibe ich bei ungefähr 50%, um den Effekt zu erzielen, den ich möchte. Zum Schluss kommt nochmal einmal ein Filter von Nikola FX Pro 4 ins Spiel, und zwar ein Bicolor-Filter und dieser Bicolor-Filter hat einen Verlauf. Ich mache hier die Deckkraft auch nochmal gerade etwas nach oben. Die habe ich, wie ihr seht, auch nur bei 50%. Ihr seht, der Verlauf geht hier so von einem gelben Farbton bis in so einen dunkelgrünen-braunen Farbton und der passt eben sehr schön zu der Stimmung, die hier in dem Bild vorherrscht. Aber auch hier gilt, hier den etwas dosiert anwenden und habe hier sozusagen einen Wert von 50% ungefähr gewählt. Als letztes sind mir hier die Haare noch ein wenig zu scharf, weil die Zeitungen seht ihr ja, die habe ich auch mit einer leichten Unschärfe versehen, weil die ja hier durchs Bild fliegen. Also habe ich die Haare hier im hinteren Bereich noch etwas weich gezeichnet. Das war dann nur noch so der letzte Feinschliff. Ihr seht, eigentlich gar nicht so schwierig. Trotzdem sind es sehr, sehr viele Ebenen geworden. Ich gehe gerade nochmal zurück, blende mal die anderen Ebenen aus. Das war das Ausgangsbild. Und so sieht das Bild dann nach der Bearbeitung aus. Gerade die Kombination der verschiedenen Ebenen, der verschiedenen Filter hier von Nick, führt zu einem sehr dramatischen, ein bisschen surrealen Ergebnis. Und ja, ich denke, der Filter hat was, vor allem für Spielkinder wie mich. Also ich muss gerade zugeben, ich gebe ganz gerne mal ein bisschen Gas und probiere verschiedene Sachen bei der Bildbearbeitung aus. Das ist zum Beispiel ein Motiv, das hatte ich so ähnlich schon mal irgendwo im Netz gesehen. Ein gefesselter Mann. Und ich habe es einfach mal jetzt hier für dieses Tutorial mit Frenzy umgesetzt. Und durch die Effekte, die wir Nick hier an die Hand gibt, kann ich eben hier sehr leicht, ohne großen Arbeits- und Zeitaufwand, hier dramatische Effekte erzielen. Und ja, also mir macht es Spaß, damit zu arbeiten. Ob das für euch auch zutrifft, müsst ihr natürlich selbst daraus finden. Ladet euch einfach mal eine Testversion runter, spielt mal damit rum und schaut, ob das vielleicht was für euch wäre. So, damit bin ich am Ende für heute. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitnehmen können. Euch gefällt das Endergebnis. Und wenn ja, hoffe ich, dass wir uns nächste Woche auch wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.